Ich habe noch einen schwarzen Bildschirm, ne? Achso, das ist bei uns ein Flugzeug. Ne wirklich, also ich höre, dass ich im Flugzeug sitze, aber ich sehe es nicht. Du kannst disconnecten und reconnecten. Ich habe immer noch PlayerUnknown's BattleGuns auf dem Bildschirm. Ah, jetzt sehe ich das. Hast du ein Flugzeug? Ja. Okay, gut, dann können wir halt auch... Ich hatte es schon ein paar Mal gehabt, dass ich... Delta! Delta? Okay. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Chris, du musst das einfach lernen, mit den richtigen Geschwindigkeits. Also blau. Ja, komm, Bunker zur dritte Scheiße. Ich gehe einfach rüben und mach die ältersten Häuser und die Halle. Ja, hau ab, ey. Das ist zwar ein schlechtere Loot, aber ich bin jetzt mal nicht. Ich sagte, wir werden da drei M416s finden. Ich nehme zwei... Ich will aber lieber die M16A4. Okay, dann nehme ich zweimal die M16A4. Ich bin 100%ig der, der als erstes stirbt. Du? Wieso? Ich bin so lange aus dem Game raus. Das Schussverhalten ist schon ein bisschen jetzt anders. Mindestens zwei Monate raus. Ja, macht ja nichts. Ich carry am Ende wieder zum Sieg. Ja, dann passt das. Der Chris weiß, wie das ist. Plexus. Plexus. Wahrscheinlich kommt jetzt hier irgendwer mit einem Gewehr in der Hand und Bombenmähchen. Lass dich immer, damit du glücklich bist. Ja, genau. Weil du geile Titten hast. So einen geilen Arsch. Und wo war der Rucksack? Jaaaa. 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 Jaa, ne. Auf jeden Fall war einer hier, ja. Auf jeden Fall war einer hier, ja. Jaa, du hast ihn. Und hier ist noch mal ein schneller Arsch. Und hier ist noch mal ein schneller Arsch. Und hier ist noch mal ein schneller Arsch. Und hier ist von in der Wartoday. Obwitz oder? Links sind Gegner. Hast du das gehört? Einen Schuss? Ne, hab ich nicht. Die rote Zone hört sich jetzt auch anders an. Viel cooler. Das musst du einmal mitbekommen haben, aber ich glaube hier ist ein Gegner. Aufpasst Michi. Hab ich? Hier immer auf Dauerfall bei der Umbäh. Würde ich sagen. Außer vielleicht bald Distanz. Dieses Donner ist jetzt von dem Roten, ne? Jaja. Jaa, die Bomben werden losgeschossen. Das hört sich doch aus. Also fünf Sekunden später, dann kommen sie. Mach circa 10. Jetzt hörst du sie fliegen. Eieieiei. Das hält sich immer noch wieder geil. Besser an. Ja. Viel besser. Ja gut, was bringt ein Siebensitzer bei maximal vierer Teams, oder? Pff, man kann. Zombie-Modus mit dem 8er Team? Da muss halt nur einer laufen. Cool. Gibt's denn offiziell Schuss im Zombie-Modus? VW-Busse? Hä? In Zombie-Modus. Jetzt glaube ich immer noch nur auf Test-Servern. Können Zombies denn wirklich ins Auto fahren? Nein. Ich meine aber, wenn du mit dem 8er Team im Zombie-Modus bist. Ach so, okay. Zombies können auch keine Türen öffnen, ne? Ich glaube, die werden die aufschlagen. Ich glaube nicht. Das war in DayZ immer so. Die sind einfach durchgelaufen durch die Türen in DayZ. Die waren plötzlich im Boden. Oder auf einmal hinter dir. Oder haben dich geschlagen, obwohl sie nicht mal in der Nähe waren. Da bist du verreckt, weil der Zombie konnte dich schlagen, obwohl der am Strand ist und du bist am Northwest Airfield. Ja. Geil. Das waren noch Zeiten. Ich weiß noch, wie wir uns, äh, wie wir da das erstmal so rumgelaufen sind und dann einfach keine Ahnung haben. Und dann haben wir Angst vor einem Zombie gehabt. Wie wir dann Angst hatten, als wir am Airfield waren und so, Gegner, Spieler, ne? Spieler links auf dem Feld. Ja. Das war die perfekte Angabe, ne? Jetzt Spieler links auf dem Feld, meine ich. Ach so. 185. Ich dachte gerade so, Davey. Ja, das war so egal. Nein, nein, ich meine Spieler links auf dem Feld. Einzelner. Du kannst nicht so ganz die Gradzahl, wo du ihn guckst, ne? Ah ja, stimmt. Ich sehe die, genau. Aber jetzt sehe ich den Zwischenbischen nicht mehr. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Das ist halt das Geile, weil der Entwickler von, also der... Schüsse. Ja. Der Player an uns. Vor uns sind Leute. Ist der von Battle Royale, ne? Ja. Ja, das ist der, der Battle Royale von Armor gemacht hat. Deswegen hat der die Steuerung da übernommen. Übrigens, wir laufen gerade auf Gegner zu, ne? Ich war jetzt links. Ja, keinmal will ja unbedingt. Oh, links ist auch einer. Ja. Links ist, oder? Woher? Ob ich den jetzt sehe? Das liegt auf den Hügel. Das sind zwei. Drei. Geht nach, geht nach, geht nach. Tiefen? Hoppla! Von der Seite irgendwo? Ne, immer noch oben auf dem Hügel. 230 Grad. Wir wissen. Wir wissen. Das ist auf Loot. Einfach laufen. Endlich zu. Der Pisser hat mich getroffen. Aber ich habe zwei Kiss gemacht. Ja. Wir sind gar nicht mal so weit weg von der Zone. Stimmt. Hat er angehalten. Hätte er haltet sich, oder? Ist er denn? Wo? Ah! Ab ihn, oder? Ja. Hast ihn getötet. Ich gehe looten. Na, ich gehe nicht raus. Oh, ist der Gegner? Ja. 280. 280. Versteck dich, Chris. Du bist offen. Ja, du bist am... Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe einen. Ist, glaube ich, nur einer. Chris, von dir aus soll ich der Himmelsrichtung genommen? Schießen wir. Warte. Ich sehe nichts, genau. Ich... äh... 75, 75, warte, warte. Nein! Ich bin der Armbrust durch. Er hat Durst schon geschossen und ich wollte er töten, bevor er zur Gefahr wird. Ich weiß nicht, wie hoch ich zielen muss er, aber dann werden wir noch. Ich lasse euch mal hier hin. Oh! Baum bei mir fliegen. Hoppla. Ich muss das echt noch üben. Der war alleine. Ja. Ich muss das echt noch üben mit der Armbrust. Mit der Distanz. Ja, und dass ich den jetzt tütte, hätte ich echt nicht erwartet. Tatsächlich. Ja, entschuldige dich mal bei ihm, ne? Oh. Geh, wir müssen laufen. Ich loot ihn kurz. Jo, ich brauche einen vierfach, wenn da eins drin ist. Und ein Schalter einfach würde ich als Preis nehmen. Die Spielerinnen Richtung Südwest. Läuft in Richtung Zone. Am Zonenrand. Ich glaub, es ist mindestens zwei. Ja, ja, es ist einer mindestens. Ach, da läuft noch einer. Schießen? Ne, zumal weg. Gilly, ne? Hier vorne direkt. Ja, ich seh nur den einen. Ich weiß nicht was anderes. Deswegen würde ich jetzt nicht schießen. Der ist noch ganz auf der anderen Seite vom Zone. Wir uns hier von hinten. Laufen wir? Ja. Ja. Ja, danke. Der läuft zur roten Kisto. Wir drehen Richtung 195 von mir aus. Äh, kannst du die Sandville Sniper droppen vor dir auf dem Boden, Chris? Droppt ihr einfach die Sachen. Hab ich. Ich seh den einen. Ich seh den. Ich schieße auf den Gilly, ja? Äh. Ja, nein. Wo? Wo? Richtung 205 auf dem Boden. Im Gras. Mach. Würde ich sagen. Ich hab drei Hits. War der alleine? Ja. Ja. War der direkt tot. Aber der hat auf irgendwas geschossen. Ja. Das ist auch zum roten Punkt unterwegs. Das ist ein Zweierteam glaub ich auf der anderen Seite. Dass der hin unterwegs war. Ich bin immer so voll in Loot hier Michi. Na mach mal ruhig. Ich wurde... Ah fuck. Von wo? Keine Ahnung. Richtung 200 Grad. Zwischen den Bäumen bei den Häusern. Mindestens einer. Hattet ihr irgendwas, Chris? Ja, ich hab... Ähm... 416 jetzt. Oh, wir müssen nur weiter, ne? Und ich hab ganz viel Medics davor. Wir müssen nur weiter. Hat einer 5,5,6 Muni? Ja, hab ich. Aber... Ja, jetzt nicht. Ja, gib die gleich. Oh fuck. Scheiß bitte auf den Drop einfach, okay? Ja, ja. Ich muss irgendwie nur rüber. Das macht aber gut Damage. War die nicht langsamer am Ende? Hm. Hm. Komm mal vorhin, wo du bist? Oh, verdammt. Siehst du Gegner? Nee. Aber die Zone. Oh Gott Michi. Überlebt das bitte. Ähm... Keine Ahnung wie, aber ich hab's mal überlebt. Oh, vorhin ist er auf Nügel? Erstmal nicht schießen, oder? Warte... Äh... Wenn ich einen Headshot landen kann, dann lande ich den. Schuss, schuss, schuss. Deswegen wollte ich schießen. Verdammt. Einer ist ausgenockt. Hinterm Stein bei... 165. Ist einer. Oh, ich hab kein Leben mehr. Der hat mich. Der... Ja, ihr müsst ihn holen. Ich hab ihm zweimal Header gegeben. Es lebt noch. WTF hinterm Stein da. Vollidiot. Deine Sackhits, wenn ihr mich jetzt nicht aufhebt, war's das für mich. Ich hab ihn ausgenockt. Ob dich wird aber geschossen, ich weiß nicht von wo. Heben. Heben. Hex. Du siehst das selber, ne? Ja. Der Rauch ist ja von uns. Der Rauch ist ja von den Gegnern. Ja. Das war's für mich wahrscheinlich. Das war's für mich. Also zwei von dir haben mich ausgenockt. Du kannst mich hier... Oh, ich bin der Rauch. Michi, ich bin dem Rauch. Bitte halt noch. Rauch, bitte. Ich weiß jetzt nicht wo die sind. Ich hab zwei von denen ausgenockt. Die sind da jetzt irgendwo dahinter. Aber ich weiß jetzt nicht wo. Ich hab's wohl... Hab noch keine Kills bekommen. Ah, sie sind am Stein am Stein. Ich bin tot. Drei Tote. Ich ähm... Das ganze GameStop. Ich muss mich erst halten. Wir haben noch fünf Gegner. Nee, das war das ganze Team. Brauchst du einen Booster? Brauchst du irgendwas? Guuuut, Alter. Das ist richtig sick geplayt. Ich hab zum Glück den Gili genommen. Weil die ganze Zeit hat er auf mich geschossen. Lass mich mal looten. Du hast echt alles stuff. Also wenn jetzt noch mal er First Aid einer hat, dann bräuchte ich's. Äh, zwei Stück geb ich einfach. Ich hab noch drei. Ja, aber es war ein besser... Komm, nee. Komm später, ne? Wir müssen noch ein bisschen nach vorne, ne? Ja. Ah, hat hier irgendeiner nen Helm dabei gehabt? Ist ausgenockt, aber das ist noch einer. Das ist noch einer. Irgendwo. Granate! Es ist heiße Action. Ich muss aus... ähm... Kann mir einer hochhelfen? Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Okay, 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 okay. Wer tat unter Beschuss genommen? Ich seh den, ich kann noch nicht schießen. Ich seh ihn, ich seh ihn einfach nicht. Ah, jetzt seh ich ihn kurz. Ich muss mich verteilen. Ich werfe zwei Granaten. Schaff dir. Ich bin voll geboostet. Wir haben die Fortsize-Position. Ich baite den. Wisst ihr, wo er ist? Nein. Nee, aber ich baite ihn. Warte. Hm. what about you? Is she going on? Vielleicht verpasst du... Hat mich. Siehst du ihn? Ja, ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab nur die Richtung gesehen, aus der er geschossen hat. Wie schon gesagt, ich baite. Super gemacht. Ich dachte mir ist es cleverer, wenn derjenige baitet, der kein GD anhat. Das Ding war einfach, ich hab halt nur die Splitzen gesehen. Ich hab auf Splitzen geschossen. Hat gereicht. Schon Flash Hider hätte ihm jetzt geholfen. Wie viele Kills haben wir? 4. Ich hab 6. 2. 12 Kills, geht's? Ja, immer 2 runter. Ja, aber für die erste Runde hab ich den super gespielt. Eine mach ich noch. Ey, perfekt.